und recht herzlich willkommen hier zu einer neuen folge von unserem simulator 22 ja wie sollen hier ein bisschen ele bauen ja darum glaube ich dann kommt das andere auf haben wir ja schon unser allen fuhrpark hier jetzt gehen wir uns mal hier hin mal unseren krank und selbst im spieler einen anderen 2 Untertitelung des ZDF, 2020 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 der mächste weit in höher aber jetzt auch jetzt sehen wir alles an und setzt darauf ich glaube wir räumen wir müssen noch betonplatten platzieren auch immer Ach Scheiße, ich kann ja auch schon mal einen Kran aufbauen. Ich kann ja auch schon mal einen Kran aufbauen. Ein Betonplatten ist ja schon da, sehr gut. Und ich kann ja auch schon mal einen Kran aufbauen. Wee-hah! Hopp! So, erste Hammer schon. Wow. Oh! So, finally, ein paar Mal? und direkt jetzt beide ja umgekippt Das ist das Puzzm. Oh! bei davor so aber auch ich schlafe ihn hoch ich schlafe ihn hoch Let's see, Nies. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Das war's für heute. 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 Ach, du Scheiße. Das war's für heute. Ja, womit? Das war's für heute. Das war's für heute. Das war's für heute. Ja. In der nächsten Folge machen wir das. Wir können uns allen mal... Ja. Ähm... Und gucken mal... Was ist... Was das ist? Container. Okay. Wir nehmen mal die Kiste runter. Ja. Ja. Eine Währungsstahl. Ähm... Ja. 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 Untertitelung des ZDF, 2020 Warum kann ich den da nicht hinstellen? 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 Das war's für heute. So, wir reisen, denn, aber das soll's erstmal für heute hier mit dieser Folge gewesen sein. Dann sag ich mal, schönen Dank fürs Ein- und Einschalten. Sag mal, bye-bye.